Man ist auch mal mit einer zusammen, die eigentlich nicht so richtig einen befriedigt. So, wenn irgendwas nicht passt, wird sich getrennt, heiraten und dann direkt wieder scheiden und so. Ob das jetzt Tinder ist oder andere Sachen. Jeden Tag kannst du jemanden treffen, so. Knistert zwischen euch was, passt voll gut zusammen. Stell dir vor, du hättest eine super Kraft für eine Woche. Welche wäre das und wieso? Was geht in Mexiko? Gibt's da big asses? Ich habe auch einen Verband gegründet, der Deutsche Bulli-Test-Verband. Allein deswegen habe ich halt auch krassen Research gemacht hier in Lateinamerika, dass ich da dann auch wirklich abschätzen kann und einschätzen kann, wie ist es im weltweiten Vergleich auch. Und wenn du das nicht feierst, dann feierst du mich nicht. Und dann get the fuck out of here. Kennst du den Film 007, James Bond? Ja. Der springt da einmal von so einer Staumauer runter und dann ist es die. Ja! Warum gibst nicht zwei von dir? Oha, seit sechs Jahren. Ja, ne? Krass. Das ist echt lange, Mann. Aber wie gesagt, ich glaube auch, man gewöhnt sich an alles. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wenn dann, auch nochmal zum Thema Sex, manche sagen, ja, ich brauche das und so. Ist auch hier, Kopfsache, wenn du wirklich immer an Sex denkst, dann willst du es auch unbedingt. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich jetzt keinen Mann am Start habe und auch nicht, ich gehe jetzt nicht raus und suche verzweifelten Mann für Sex, ne? Ist einfach so, ich denke einfach nicht an Sex. Ich lösche es einfach komplett aus meinem Kopf so. Und ich finde, das geht. Man kann es komplett, man kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Sex lenkt einen übrigens auch extrem ab, finde ich, für vieles. Also, wenn du gerade einen Fokus hast auf irgendwas, ist es vielleicht ganz gut, wenn keine Frau oder kein Mann am Start ist manchmal, finde ich persönlich. Also, man muss es nicht... Oh shit, Jonas ist auch da. Jonas, what's up, man? How do you feel, bro? Auf jeden Fall, Jonas ist auch am Start. Ich küsse dein Herz. Und zwar hat er gesagt, er kann Wukong verstehen. Es ist schwer, heutzutage eine vernünftige Frau zu finden, meiner Meinung nach. Ja, es ist schwer, überhaupt eine vernünftige Beziehung zu finden. Jetzt Frau oder Mann, glaube ich, es wird auch immer schwerer. Und es wird immer so... Es ist nicht mehr so ernsthaft auch irgendwie so. Man ist auch mal mit einer zusammen, die eigentlich nicht so richtig einen befriedigt oder eigentlich nicht so richtig der Typ ist oder so. Das sehe ich so oft. Und es wird auch sich immer voll schnell auch getrennt und so. Wenn irgendwas nicht passt, wird sich getrennt. Und heiraten und dann direkt wieder scheiden und so. Also, ich finde die Ernsthaftigkeit, die das früher hatte, finde ich schon besser. Ja, durch die Social-Media-Welt, muss man echt sagen, ist es halt einfach, Leute zu connecten. Ob das jetzt Tinder ist oder andere Sachen. Einfach jeden Tag kannst du jemanden treffen. Und früher ging das gar nicht. Ist so. Knistert zwischen euch was. Passt voll gut zusammen. Wir sind Homies. Ja, mich fragt das jeder aus. Wir sind Homies. Jeder sagt, du passt perfekt zu mir. Jeder sagt, du willst. Weil ich gesagt habe, macht mal Bewerbung. Habe ich so aus Spaß in meiner Insta-Story gemacht. Weil ich kriege manchmal die Frage, ob ich Single bin. Habe ich gesagt, ja, hier Bewerbungen gehen raus und so. Und dann schreiben die, warum Leon ist doch da. Und Leon ist doch der perfekte Partner-mäßig so. Aber ich sage mal so, das Universum macht schon, was sich zusammenfügt. Wird sich zusammenfügen, sage ich mal. Aber... Ey, okay, Martin. Die tätowierte deutsche Jennifer Aniston. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, Freunde. Nur mal so. Ich finde, ich habe gar keine Ähnlichkeit mit der... Guatemala? Willst du nach Guatemala? Nee, ne? Das war mal so zum Ausreisen mal die Idee, weißt du? Ja. Aber jetzt hast du ja wieder... Ich habe jetzt mein Visa auch, übrigens. Ich war in Miami. Echt, ja? Ich habe mein Visa manifestiert, ne? Ja, aber ich habe es wirklich gemacht, Mann. Ja, ist so geil. Ich habe es echt drauf manchmal. Manche Dinge funktionieren einfach. Ja? Manche halt nicht, aber... Ich sage halt, dass du halt auch positiv daran glaubst, so einfach. Ja. Und dadurch ziehst du das halt auch an. Das stimmt. Live für den Maufucker. Die mit dem Live-Evibes, man. Ah, like. Oder? Ja. Was machen? Ein Interview mal machen. Wie? Na, irgendwo, keine Ahnung. Ach so, straßemäßig? Ja. Oder nicht so. Kein Bock gerade. Mal gucken. Oder... Ich würde sie gerne kennenlernen. Bin knapp 29 zum Heiraten. Ja, okay. Ich weiß noch gar nicht, ob ich heiraten werde, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt heiraten werde, ne? Ey, Dicker, du bist zu alt schon. Nein, Spaß. Aber gib mal Gas jetzt. Ich? Ja, ich will, ich weiß nicht. Ich will immer, dass jeder einen Partner hat, Kinder hat und so. Ja, aber man kann das ja auch nicht, obwohl man kann das schon vielleicht manifestieren. Du bist ja eine, du sagst ja manifestieren, manifestieren, manifestieren. Ich mach das jetzt auch. Ich hab mir das fest vorgenommen. Ich habe, ohne Scheiß, Leute, ich hab drei beziehungsunfähige Freunde, ja? Allgemein. Und die sind jetzt alle in einer Beziehung. Und ich denke mir, was geht ab. Ja, hab ich gestern in deinem Live auch gesehen. Ja, alle sind auf einmal jetzt in einer Beziehung. Und mein Live, hast du das gesehen gestern? Da hab ich voll über Beziehungen und so, glaube ich, geredet, ne? Also ich muss sagen, Freunde, ich will eine Beziehung. Ich hab das auch gestern gesagt, ne? Also ich bin, glaube ich, ready und ich sag das zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin eigentlich so eine Person, die immer sagt, ich komm voll gut alleine, klar und so. Und mir geht's auch mega gut alleine, aber ich finde, glaube ich, einen Partner zu haben, wäre schon nice. Aber nicht einfach nur, weil ich einen Partner haben will, sondern weil es wirklich passen muss, so. Also es soll schon harmonieren und sich nicht anfühlen, als wäre ich, wie sagt man, so, weg von der Welt, weil, wie sagt man denn, so Leute, die sich dann... So abkapseln halt, ne? Ja, abkapseln und nichts mehr machen dürfen und so. Also sowas könnte ich auch nicht leben, ne? Ja, da schreibt Leon, du aber auch. Ah, dann war das. Ja, hast recht, hast recht, hast recht. Ich schwöre, ist so. Ist so. Ich, 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 ich schreibe mir jeden Tag auf drei Dinge, für die ich dankbar bin und mittlerweile schreibe ich doch immer noch ein Ding dazu, was ich mir wünsche und ich schreibe seit Wochen auf, dass ich mir eine Frau wünsche. Ah, der Song, der Song, wo kommt? Bro, bro, du bist rich oder was, Digga? Ich küsse doch dein Herz. Danke für den Support, Bro. Faust du auf die Realness, man? Hau rein in dein Bildschirm jetzt, Digga. Stark. Money in den, man. Erstmal drauf fokussieren, seine eigene Seele zu kultivieren und wenn man dann auf dem Level ist, wo man eine gesunde Beziehung führen kann, dann begegnet einem auch der Partner. Ich küsse dein Herz. Genau derselben Meinung bin ich auch. Ich habe vorher immer gesagt, ah, wo bleibt denn die Partnerin? Ah, Mann, wo bleibt die denn? Wo bleibt die denn? Aber mittlerweile ist mir mehr bewusst, dass ich selber nicht ready war als denn je und dass man da einfach arbeiten muss, um sich selber ready zu machen, weil du wirst erst die Frau bekommen, die dich haben will, wenn du der bist, der du sein willst, Bruder. Ja, genau. Du musst selber auch die Traumfrau sein für die Person, wenn du deinen Traum an willst. Das glaube ich zum Beispiel auch, ne? Ja. Wer versteckt sich hinter dem Namen? Ich küsse dein Herz oder danke für den Support. Jetzt ist schon ein bisschen unangenehm gerade. Ah, er wollte das noch zu Ende schreiben. Kann begegnet einem auch der Partner, mit dem man ein Lebewesen in die Welt bringen kann. Be unique. Be unique, mon fucker. Bester Mann. Ich habe echt teilweise so eine geilen, geilen Leute in der Community. Das ist echt. Ja. Also wenn ich mir auch die, die, ähm, wenn ich mir auch die Kommentare manchmal durchlese und so, gerade auf dem Highlight-Kanal, so, wenn es dann deeper wird oder wenn es um Themen geht, so, es gibt echt viele krasse, herzliche Menschen, die halt auch wirklich auch eine Meinung haben und ein eigenes, so, ich weiß nicht, so einfach, weißt du, so anders sind als der normale Kommentierende. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, unsere, also meine Community hat schon sehr viel Herz am Start. Ja. Ja, klar. Ich meine, du vermittelst, ich meine, die Leute, die sich für den Inhalt interessieren, müssen auch irgendwie, weißt du, irgendwo hat man auch Gemeinsamkeiten. Was geht in Mexiko? Gibt es da big asses? Gibt es da big asses? Also wenn du big asses, ja, nee, ja. Also Mexikanerinnen haben von Haus aus auch ein bisschen. Bigger als die Deutschen? Ja, safe. Ich weiß gar nicht, mir fällt das gar nicht so auf, ey. Safe. Für die Kolumbianerinnen hat man gemacht. Ja, ja, okay, das ist aber viel fake dabei so. Ja. Die machen ihre, ey, hier sind ja kaum Mädels, ne, leider, aber, das hätte ich gesagt, ich finde das voll krass, dass so viele Mädels ihre Ärsche machen. Und das ist so auffällig einfach, weil die Beine sind so und dann kommt der Arsch so raus. Hä? Das ist voll der Trend auf jeden Fall hier, wollte ich nur mal so sagen. In Deutschland ist das nicht so, glaube ich, oder? Ich muss sagen, ich war auf jeden Fall mal eine ganz lange Zeit früher mehr davon abgeneigt, als es mittlerweile der Fall ist, so. Sieht aber komisch aus, nicht? Ja. Wenn da das Bein so klein... Ja, es muss schon passen, es muss schon passen. Aber früher habe ich strikt gesagt, gemacht, es ist nicht nice. Hast du dich schon dran gewöhnt jetzt? Nee, ich habe mal eine gehabt dann, die das hatte. Du bist so ein Arsch, ja? Ja, und es war nice. Das ist halt irgendwie strange, aber... Guck mal, ich bin eine Frau und ich finde es als gut. Ja, ich finde es aber auch nicht. Also wenn jetzt eine so eine Beine hat, Dicker, und dann kommt da so ein fetter Body raus, dann ist es auch zu viel für mich. Aber es gibt ja auch welche, die es schön gemacht haben. Und es gibt auch welche, die von Haus aus einfach schöne Rundungen haben, so, weißt du? Klar, aber... Wo man manchmal denkt, es ist gemacht, aber es ist gar nicht gemacht. Also es gibt auch viele Frauen, die gerade hier in den lateinamerikanischen Ländern, Brasilien, Kolumbien, Venezuela, auch die Mexikanerinnen, da ist manchmal, da denkt man es fake, aber ist nicht fake. Okay. Ja, also ich kann es nur sehen. Also ich bin da im Thema auch, weil das ist auch mein Thema so. Und ich habe das alles schon studiert und habe das alles schon... Ich habe auch einen Verband gegründet, der Deutsche Body Test Verband. Allein deswegen habe ich halt auch krassen Research gemacht hier in Lateinamerika, dass wenn ich auch mal wieder zurückkomme nach Deutschland und den ein oder anderen Body Tester an der Stelle, dass ich da dann auch wirklich abschätzen kann und einschätzen kann, wie ist es im weltweiten Vergleich auch, weißt du, im Ranking halt. Klar, ganz wichtig. Ja, aber stell dir mal vor, das wäre genauso, wie wenn sich hier ein Mann Muskeln einspritzen lässt, so Brustmuskeln, das wäre auch nicht cool, Alter. Also sorry. Ich finde es ein bisschen Abtöner, Abtöner-mäßig. Ich finde es geiler, wenn man... Ich finde es aber... Töner. Ich finde es aber geiler, wenn die Menschen ins Gym gehen und dafür schwitzen, so, weißt du? Ja, voll, voll, voll. Ich stimme mich voll zu. Die lässt du ihn kostenlos bei dir wohnen? Nein. Leon kann ja nicht kostenlos wohnen. Leon muss Miete bezahlen. Leon bezahlt fast die komplette Miete, sagen wir mal so. Also er bezahlt mehr auf jeden Fall als ich und das war auch von vornherein so, weil ich... Das Ding ist... Ist auch richtig so und die Leute sollen nicht... Egal, ich will mich schon wieder aufregen gerade. Richtig nicht aufregen. Das ist ja eigentlich gar nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, wäre ich jetzt auch in der Lage, dass ich wirklich ein gutes Einkommen hätte, würde ich auch Freunde immer zu mir holen und die müssen auch nicht zahlen, aber... Ja, aber ich wohne ja, ich bin ja eingezogen quasi mit allem, was ich habe. Und ich arbeite hier, naja, ist so, hä, ich wohne ja hier. Ja. Dann übernehme ich gerne einen großen Teil von der Miete. Ja, das stimmt. Das macht man doch auch selbstverständlich so. Ich verstehe nicht, dass die Leute denken, ey, dass du gratis hier wohnst, so mäßig wie du hast ja keine Wohnung mehr, irgendwo gratis unterkommen mäßig. Ja, ich habe das auch vielleicht in einem Video, habe ich das so, so vielleicht ein bisschen, ich habe das ja auch nicht gesagt und es kam vielleicht ein bisschen so rüber. Ich kann jetzt erst mal bei ihr bleiben. Ach so. Dass die Leute irgendwie denken... Ha, ha. Ich meine, wie gesagt, hätte ich jetzt auch gutes Geld und alles, würde ich auch jeden bei mir gratis wohnen lassen. Brauchst du ja nicht. Ich habe ja auch, ich verdiene ja auch Geld. Ja, aber ich meine nur... Ich bin ja jeden Tag am Arbeiten und wenn, dann muss ich auch meinen Platz, wo ich lebe, auch bezahlen. Ich könnte das gar nicht. Du könntest mir sagen, du kannst hier umsonst wohnen, du kannst machen, tun, was du willst. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich bin ja keine Pussy. Ja, ist so. Stimmt, das würde man sich als Mann komisch fühlen, ne? Wenn man bei einer Frau so einzieht und dann nichts hat. Ich glaube, das ist komisch, als für Mann vor allem. Bei einer Frau, glaube ich, geht noch mehr klar so. Und wie geht es dir so? Und was macht ihr so? Bro, ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen so, ein bisschen erkältet, dicker. Heute Morgen aufgewacht mit richtig fetten Kopf und Hals und so. Ja, aber die Klimaanlage in Tulum hatte ich mich eigentlich schon voll dran gewöhnt. Ich glaube, es ist auch die Luft hier. Also neue Klimaanlage, neue Luft, so, weißt du? Wie hoch hast du die Klimaanlage immer? Hast du kalt? Nö. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen erkältet einfach. Also das hat schon in Tulum angefangen. Dann in Miami war es weg, aber ich glaube auch nur wegen dem ganzen Stress. Und jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen gestern runtergekommen. Und ich glaube, jetzt sagt der Körper so, ich lasse mal den ganzen Scheiß raus. Ja, vielleicht auch der Stress, weißt du? Ja, ist so. Der Umzug, Stress und Ausreisen und nicht richtig wissen, wohin mit dir und so. Voll, 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 voll. Ich lege halt aufs Immunsystem. Und jeden Tag halt hustlen, aber ich bin ja auch wirklich jeden Tag, das unterschätzen die Leute auch, glaube ich. Ich bin jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag am entweder denken, was ich aufnehme, schneide oder hochlade, trainieren oder Vlog aufnehmen oder schneiden halt so. Ja, stimmt, du arbeitest echt hier gerade, ne? Jeden Tag. Bitte, wisst es auch zu schätzen, meine lieben Freunde, indem ihr einfach auch, ihr müsst jetzt hier nicht spenden oder so, aber einfach einen Daumen nach oben geben. Jetzt zum Beispiel haben wir 343 Zuschauer und 179 Daumen nach oben. So, gebt mal einen Daumen nach oben. Auch bei den Videos ist es gerade wichtig. Schreibt einen Kommentar rein. Guckt die Werbung zu Ende. Das kostet euch nichts. Ich reiße mir den Arsch auf, ihr bekommt den Content, ihr lasst euch unterhalten. Lasst uns ein bisschen geben und nehmen Vibes auch machen so. Vor allem, ich glaube, viele Leute, denen ist das nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist, auch so ein Video fertig zu schneiden. Und das Ganze, auch Instagram, ich meine, alle Social Media, du bist den ganzen Tag eigentlich am Arbeiten und die denken, du chillst nur, hier sitzt du rum und laberst. Und das, ich habe gesehen bei YouTubern auch, ne? So, die, das, also du machst das ja hauptberuflich, ich kenne noch welche, die machen das hauptberuflich. Das ist einfach ein 24-Stunden-Job mäßig. Immer nur das im Kopf und damit hochladen. Mit Internet vielleicht mal Probleme. Du wirst, weißt du, du machst dir Sorgen und Gedanken, musst voraus planen, dein Content planen und alles halt. Und wenn man das alleine macht, so wie du, das ist einfach krass viel Arbeit, weißt du? Das ist so. Und deswegen, die Leute, ich glaube, die wissen das nicht. Die können sich das nicht vorstellen. Wenn man nicht selber mal reingeschaut hat, kann man das auch gar nicht wissen, weißt du? Ja, du siehst ja auch nicht, was hinter den Kulissen so abgeht, wenn du es nicht miterlebt hast oder so. Das stimmt schon, hat Laura letztens auch gesagt. Bro, ich lasse jeden Tag Videos durchlaufen von dir, ohne Witz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön, wirklich. Vermisst du die Zeit in Berlin? Nö. Ich fand es eine geile Zeit. Ich gucke darauf positiv zurück. Ja, Mann. Ich stelle mir gerade vor, Stefan, wir wären in Deutschland. Stefan, ich würde dich so in Deutschland auf der Straße treffen, das wäre voll komisch. Boah, in Deutschland. Habe ich mir gerade so vorgestellt, du läufst so in Berlin die Straße und ich komme, hey, na? Wenn ich jetzt gerade, ich bin gerade sick auch noch und so, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit dem gleichen Modus, den ich jetzt gerade habe, in Deutschland zu sein, Bro. Wäre komisch, nein? Ich würde mir ja Ort bestellen, ich würde kiffen und nur ein Bett liegen die ganze Zeit. Dadurch, dass du hier halt da den blauen Himmel vor dir hast, da hinten die Sonne strahlt. Es ist zwar brutal heiß, aber es gibt einem immer so eine gewisse Positivität und Motivation, irgendwas Nices zu machen so. Bei Gott, in Deutschland aktuell, Vibeskrise. Ich habe heute mit Alex telefoniert, beziehungsweise ein bisschen DMs, Sprachmemos hin und her geschickt und der hat mir auch gesagt so, fuck. Er war irgendwo in Dortmund und da darfst du nirgendwo mehr hin und nirgendwo mehr. Nirgendwo 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 mehr, nirgendwo 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 nichts mehr machen, wenn du nicht irgendwie G-Regeln dabei bist, geimpft, ge... Ach, das weiß ich. Ja, ja. Leon, bester Mann, wirklich, du bringst oft gute Vibes in den grauen Corona-Alltag in Deutschland. Ich kiss dein Herz. Dankeschön, Bro. Das freut mich zu hören. Wenn ihr euch wenigstens ein bisschen dann ablenken könnt, so. Geiler wär's halt, wenn man da irgendwie in Deutschland aus der Scheiße rauskommen könnte, so, ne? Also ich will auch allen Leuten sagen, die sich unwohl fühlen, macht irgendwas. Macht irgendwas. Schließt euch zusammen. Redet miteinander. Holt euch Kraft von Leuten, die genauso denken wie ihr. Macht irgendwas. Einer sagt, warum bist du so arrogant neben Justine? Du? Nee, ist er doch gar nicht. Ich bin cooler neben dir. Also ich fühle mich gut. Wenn jemand da ist und ich dann mich unterhalte, ich fühle mich dann cool. Also nicht cool, aber ich hab mehr so confidenter, weil man halt nicht alleine von der Kamera sitzt und mitten im Chat redet. Ich bin aber meiner Meinung nach mehr ich selber. Mit dir, mit Laura, mit Fanus. Wenn ich neben Leuten sitze, die mir eine gute Energie geben, schaffe ich's mehr, aus mir rauszukommen. So. Und wenn du das nicht feierst, dann feierst du mich nicht. Und dann get the fuck out of here. Don Habibi mit einem Fünfer am Start. Ich kiss dein Herz, Bruder. Danke für den Support, Bro. Bro, gib dir die African Vibes. Faust auf die Realness. Tschüss. Faust in den, man. Safe. Die African Vibes müssen auf jeden Fall auch noch gecatcht werden. Son Wukong sagt, wir sind Soul Brothers. Ich weiß ganz genau, dass wir uns irgendwann mal über den Weg laufen in real life. Geil. Ich liebe so eine Menschen, die das einfach wissen. Und ich glaub dir das 100 Prozent, Bruder. Ich hab das auch manchmal. Ich weiß das. Ich freu mich schon auf den Tag, Bro. Geil. Ach krass, hier fragt jemand, stell dir vor, du hättest ne Superkraft für ne Woche. Welche wäre das? Und wieso? Oh, ich hab so viele, die ich gerne hätte. Also, ich glaube, eine Superkraft, die ich halt mega nice fände würde, wäre einfach fliegen. Aber was kann ich damit bewirken? Fliegen wäre halt nice. Ich überlege gerade, was noch. Aber es wäre eher für mich, ne? Aus Spaßgründen her. Das wäre halt lustig für mich. Aber eine andere Superkraft? Hm, ich überlege gerade. Was wäre denn deine Superkraft? Wasserqualität in Mexiko. Also aus dem Hahn trinken kann man definitiv nicht. Was wäre denn deine Superkraft? Für ne Woche? Meine Superkraft? Für ne Woche nur? Ja. Ich für ne Woche nur. Woche ist scheiße. Ich glaube, das war ne Woche, ja. Hat er gesagt. Song Wukong sagt, Justine, lass dich nicht friendzonen. Was? Danke für den Fünfer, Bro. Nicht friendzonen. Ach so. Ach man. Ey, meine Superkraft, ja, safe. Also ich würde dieses Telepatieren machen. So, boom. Ja, das ist halt krass. Von so einfach in einen anderen Ort. Ja. Bam. Ja. Bank Tresorraum. Money nehmen. Boom. Ab nach Miami. Zack. Boom. Afrika. So einfach, weißt du? Ja. Dann würde ich mir voll viel Geld an den Start holen in der Woche. Wird erstmal 1000 Länder bereisen. So oft gechillt. Und danach bin ich so reich, dass ich auch so reisen kann. Stimmt, das ist eigentlich mega nice. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Aber ich finde halt fliegen auch so geil, weil ich liebe diese View. Weißt du, ich habe ja Höhenangst. Aber hätte ich ja dann nicht mehr irgendwie, wenn ich fliegen kann, denke ich mal. Und dann die View einfach. Ich liebe, oh Gott, wenn ich einfach das Meer sehe. Wenn du irgendwo aufhörst. Hä? Du hast Höhenangst, aber du liebst diese View. Ja. Ich habe Angst. Ich zitter dann total. Mein ganzer Körper kann dann nicht mehr richtig funktionieren. Aber die Aussicht ist wunderschön. Geil. Ich scheiße mir aber in die Hosen. Geil. Ich muss unbedingt mal aus dem Flugzeug springen. Wollen wir das mal machen? Als Challenge? Boah, das wäre mal... Ich war schon bungee jumping. Oh Gott. Das finde ich noch gruseliger als Flugzeug zu springen. Ja, genau, deswegen, das haben mir auch alle gesagt. So, wenn du bungee jumping schon gemacht hast, kannst du auf jeden Fall aus dem Flugzeug jumpen. Weil bei bungee jumping springst du halt wortwörtlich in den Tod. Du springst halt wortwörtlich auf die fucking... Und bei mir war das noch mit so einer riesen Staumauer nebendran. Oh Gott. Ich zeig dir das mal. Wollen wir es kurz angucken? Sollen wir es kurz angucken? Oh fuck, Alter. Nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auch die Staumauer halt so. Das geht gar nicht. Guck mal hier. Von hier springst du halt so. Geht gar nicht, Alter. Und du springst halt hier so runter. Mäßig. Und... Digger, du springst halt... Du hast halt Angst, dass du gegen diese Mauer klatscht auch und so. Und das ist der höchste Bungee Jump, den es gibt. Das ist von James Bond aus dem Film. Kennst du den Film 007? James Bond. Ja. Man springt da einmal von so einer Staumauer runter und das ist die. Krass, ne? Du hast du das gemacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Guck mal, ich zeig dir. Aber weißt du, wie ich gestruggelt hab, Dicker? Ich hab geweint fast. Ich würde richtig heulen, ne? Guck mal, das Ding ist. Guck mal, das Ding ist. Ich bin da mit hingegangen. Und ich hab von Anfang an gesagt, schon zu Hause, hab ich gesagt, ich werde niemals da runter springen. Niemals. Nicht, dass du mir jetzt auf den Sack gehst, wenn wir da hingehen und so. Ich komm einfach nur mit, mach einen geilen Vlog und dies, das, bla bla bla. Ich spring nicht da runter. So, ich hab das von vornherein klargegeben. Dicker. Ey, jetzt ist gerade krass, wo ich gerade Stopp gemacht hab, jo. Siehst du das Mädel da hinten? Die da? Ja. Ja. Ich hab die einfach in Tulum getroffen. Nach zwölf Jahren oder so. In Tulum. Die kommt zu mir, die sagt, kennst du mich noch? Ich so, hä? Wer bist du? Ja, wir waren damals bungee jumpen. Ah. Ich war da und so, dies, das, bla bla bla. Ich sag so, krass, Dicker. Krass. Einfach heftig. Auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren mit denen allen zusammen. Ich hab gesagt, ich spring auf gar keinen Fall. Crazy. Und dann waren wir da und dann sind halt voll viele Leute gesprungen. Frauen sind gesprungen, Kinder sind gesprungen. Kinder. Und ich denk mir so, ey, bro, was bist du für eine Pussy, Digga? Und dann guck ich halt immer wieder runter und ich guck immer wieder, wie Leute springen, immer wieder, wie Leute springen. Und irgendwann hab ich gesagt, bro, ich spring auch. Und dann stand ich halt da oben und die haben zwei oder dreimal angezählt. Fünf, vier, drei, zwei und ich bin nicht gesprungen. So, und dann kam halt der Moment hier, warte. Schau mal Leute. Alleine sind wir schwamm. Zusammen. Sch consiglich da. Der Patrick, der da eben geredet hat, der hat auch, mit ihm hat es eigentlich angefangen mit diesen Vibes und positiv und versuchen immer das Gute zu sehen, Energie, der hat angefangen so darüber zu, also da war der erste Einfluss mit diesen ganzen Sachen, mit diesen ganzen Vibes, vegan, vegan war Karl, aber er ist auch veganer jetzt. Da hat es angefangen mit diesen Einflüssen so und das prägt mich bis heute und deswegen werde ich diesen Jungs auch für immer dankbar, aber auch wenn die mich geschäftlich gefickt haben so, werde ich auf jeden Fall, was das angeht, immer dankbar bleiben so. Krass, dass du da runterkommst, auf jeden Fall. Also da muss ich echt sagen, Respekt, gerade so Bungee Jumping, da finde ich aus dem Flugzeug glaube ich nicht so krass wie das, ich finde das schlimmer glaube ich, Bungee Jumping. Flugzeug, das ist so, du bist da ein Flugzeug und denkst, du kriegst erstmal gar nicht richtig mit, wo du bist und dann bist du da. Voll laut und Wind und so und du siehst halt die Wolken. So, du springst halt nicht auf den Boden. Ja, und dann diese Schnur auch und so. Ob die hält oder nicht, Digga, ja, ja, ja. Crazy. 13. Vielen Dank.